hallo willkommen zu einem neuen video bei uns liegt immer noch schnee oder wieder sagen wir es mal so angenehme temperatur ich habe mir das senduro geschnappt was noch ganz sauber ist aber das wird sich wohl gleich ändern es geht hoch auf die home trails ich denke dass ich den ein oder anderen da oben noch treffe und dass wir da ein bisschen spaß haben also wenn ihr dran bleibt werdet ihr das ja sehen wir sehen uns also gleich irgendwo im wald wir haben uns dann gemeinsam an die ersten sprünge gewagt und mussten schnell feststellen dass das laut unter den knie sehr rutschig war und mit jedem versuch auch eher rutschiger wie besser geworden aber trotz allem gerutsche hat man sich dann doch schnell an die verhältnisse gewöhnt wir sind dann weiter zu einem anderen sprung und manu hat ihn gleich als erster getestet und da der sprung sehr viel spaß gemacht hat haben wir ihn gleich noch ein paar mal wiederholt und sieht das nicht herrlich aus und auf dem weg nach hause bin ich dann doch noch einmal schnell über die anderen sprünge so da sind wir am ende von dem video angekommen hat euch das ganze gefallen lasst doch einfach mal ein like da und daumen nach oben kommentieren das ganze mal schreibt mir doch mal was ihr was ihr bei dem wetter gemacht habt ob ihr auch schon im wald rumgerutscht seid und seid ihr neu bei mir und wollt keine videos verpassen könnt ihr kostenfrei den kanal abonnieren und daher sage ich mal bleibt gesund passt auf euch auf und bis zum nächsten mal tschüss so Vielen Dank.